Hallo, ich bin Jochen, arbeite für Mondraker im Gebiet Nordostdeutschland. Ich möchte euch heute die neuen Mondraker Panzer vorstellen, die neuen Mondraker Fat Tire Bikes. Wir haben im letzten Jahr angefangen mit dem Panzer, das war ein großer Erfolg. Wir bauen die Range aus auf drei weitere oder auf zwei weitere Modelle, sodass wir insgesamt drei Modelle haben. Das einfache Panzer mit einem komplett überarbeiteten Rahmen, mit neu konzipierter Starrgabel, mit 4,5er Reifen, das Panzer R, was jetzt hier nicht steht, im mittleren Segment und das Panzer RR als Top-Modell mit der Pluto-Federgabel, 1x11 Antrieb, den DT-Swiss-Laufrädern und 4.0er Reifen, ebenfalls dem Jaggernaut von Kenda. Das heißt, wir haben eine Range, die von 1600 Euro bis hin zu 3600 Euro geht. Drei Räder. Dazu kommt, dass wir auch im Kindersegment einen 20-Zoll und einen 24-Zoll-Panzer haben, das seht ihr hier. Auch das in der Lenkerbreite, auch von den Griffen her angepasst an kleine Kinderhände. Alle Räder, die ihr seht, sind quasi ab Spätherbst etwa verfügbar, ungefähr Ende Oktober, Anfang November. Preise liegen auch bei denen zwischen 500 und 600 Euro, 20 oder 24 Zoll.